In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen wie ihr den Affenbomben Glitch machen könnt nach dem Patch Und zwar braucht ihr hierfür wieder ein Geschütz und die Affenbombe Das Geschütz könnt ihr für 2000 Punkte in der zweiten Zone kaufen und die Affenbombe auch für 5000 Punkte in der zweiten Zone Wenn ihr dann alles habt Leute, dann geht zu einem Spot wo ihr den Glitch machen wollt Dann müsst ihr euren Geschütz so platzieren, dass ihr drauf springen könnt Dann springt aufs Geschütz drauf Leute, schaut nach unten in diesen Kreis da und wirft eure Affenbombe Es gibt hier mehrere Methoden und zwar dass ihr das Geschütz kaputt macht Aber die einfachere Methode ist, ihr geht zum Geschütz hin, hebt es auf und platziert es woanders so dass die Affenbombe runterfällt Und kurze Zeit später platzt diese Bombe, aber sie bleibt trotzdem dort bis zum Ende des Games Das war's dann mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen Falls ihr ja, lasst doch ein Like und ein Ammo da, damit ihr nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibt Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao